Ich gehe heute auf den Markt. Ich schreibe eine Liste. Was brauche ich? Ich brauche Gemüse. Und ich brauche Obst. Was brauche ich noch? Ah, ich brauche Nudeln und Reis. Und ich möchte Fleisch kaufen. Und ich möchte ein paar Eier. Und ich brauche... Was brauche ich noch? Ich glaube, das ist alles. Ah, ich brauche Milch. Milch und Sahne. Und was brauche ich noch? Ich glaube, das ist alles. Das wird ganz schön teuer. Aber gut, man muss etwas essen.